16, mittlerweile ist sie 24-jährig, bereits schon an zwei Weltmeisterschaften mit dabei gewesen. Schön kontrolliert hier jeweils die Handstandposition. Aufbücken Ganze. Da ist sie ein wenig spät fertig gewesen. Ein wenig unsauber jetzt da. Das passiert. Sturz heisst, Punktabzug der Maximalnoten 10-0. Da war sie ein wenig zu lang. Und da war sie aber ein bisschen weiter weg. Ein Rutsch mit der Fliehkraft ist einfach unten raus. Das mag gar nicht greifen. Das sind, ich weiss auch nicht, 200-300 Kilo, die dann einfach wirken. Und darum ist sie da gestürzt. Dann macht sie noch den Abgang und dann macht sie souverän zum Stand. Und es ist schwierig werden, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Aus acht Teams werden es nur noch vier sein. Auf sich den von 15 nach 100. Und dann ist sie ein wenig zu lang. Die ganze Zeit ist nicht so weiter dazu führen, was sie retten haben will und dann ist sie das Lockdown und eingegangen. Wie werden sie brauchen, wird sie mit der Stürmer in die Gruppe Джinn von 15m und 19m.